Grüß Gott und guten Tag vom Hagerbach Versuchstollen. Mein Name ist Luisa Redetzky vom The Hoos Institute aus Wadutz-Lichtenstein. Wir sind heute hier beim Hagerbach Next 50 Festival. Ich bin in Gesellschaft von Walter Kreisel, der NEOM-Gruppe aus Österreich, Burkhard Heuler vom VDE Renewables aus Deutschland und Dr. Philipp Fuller von Syngelion in der Schweiz. The Hoos Institute ist ein Think Tank und wir nennen uns auch gerne ein Action Tank. Wir bieten eine Plattform für Leute zum Austauschen, zum nach vorne denken, zum Vorstellen und zum Hinterfragen. Wir bringen Leute zusammen, die die Welt verändern können, nicht nur wollen. Und ich lasse jetzt meine Begleiter hier sich einmal kurz vorstellen und dann gehen wir in eine Diskussionsrunde zum Thema Innovation und Nachhaltigkeit. Philipp von Gnuchern. Vielen Dank. Mein Name ist Philipp Fuller. Ich bin der CTO von Syngelion. Wir sind ein ETH, ein ETH-Spinoff. Wir stellen synthetische Treibstoffe her, synthetische, nachhaltige Treibstoffe, um fossile Treibstoffe zu setzen. Wir verbrennen heute weltweit drei Milliarden Tonnen fossile Treibstoffe, verursachen so ungefähr 14 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Unsere Mission ist, diese fossilen Treibstoffe zu ersetzen durch nachhaltige synthetische Treibstoffe, um so einen Beitrag zu leisten, um einerseits die Mobilität in Zukunft zu ermöglichen und andererseits die Treibhausgasemissionen zu senken. Wir sind die einzige Firma weltweit, welche es geschafft hat, einen vollständig CO2-neutralen und erneuerbaren Treibstoff herzustellen aus Luft und Sonnenlicht. Die einzigen Inputs sind Luft und Sonnenlicht. Wir sind jetzt daran, die Technologie zu skalieren. Wir demonstrieren diesen Sommer das System in industrieller Grösse, werden nächstes Jahr die erste industrielle Anlage in Betrieb nehmen, erste Fuel-Badges an Schlüsselkunden wie den Flughafen Zürich verkaufen. Das Ziel ist, bis 2030 die Hälfte des Schweizer Kerosinverbrauchs zu produzieren und bis 2040 die Hälfte des europäischen Verbrauchs. Vielen Dank, Philipp. Burkhard? Ja, gerne. Mein Name ist Burkhard Holder. Ich bin in der VDE-Gruppe verantwortlich für erneuerbare Energien, nachhaltige Energiesysteme. Ich mache meinen Job etwa 35 Jahre im Bereich der erneuerbaren Energien und freue mich ganz besonders, dass ich heute dabei sein darf. Also nochmal ganz herzlichen Dank an Hus auch, dass das hier so toll organisiert worden ist. Wir haben auch eine ganz tolle Location, die uns, sagen wir mal, auch diese Action, die du gerade auch erwähnt hast, diese Aufbruchstimmung vermittelt. Die VDE-Gruppe kümmert sich international um Qualitätssicherung. Wir prägen auch gemeinsam mit anderen Stakeholdern internationale Standard, die werden wir gleich sicher auch nochmal darauf zurückkommen. Für die Energiewende, für die Sicherheit, aber auch für das Vertrauen bei Banken, Versicherungen, Investoren extrem wichtig sind. Das treibe ich auch im Bereich der erneuerbaren Energien seit vielen Jahren. Und dazu haben wir begleitend ein weltweites Netzwerk mit Banken, Versicherungen aufgebaut, 2000 etwa, die uns helfen, diese ganze Entwicklung der erneuerbaren Energien auch nachhaltig zu gestalten. Vielleicht noch eine Besonderheit, die wir machen. Ich glaube, das ist international schon was Besonderes. Wir kümmern uns über die gesamte Wertschöpfungskette, auch um das Thema Recycling, Nachhaltigkeit. Das fing an mit erneuerbaren Energien, Solar, Wind und jetzt besonders auch bei Batterien und Energiespeicher. Also es ist, glaube ich, wichtig, das ist ja, denkt ihr, glaube ich, in gleicher Weise, es ist wichtig, dass wir nach dem Leben dieser Systeme auch dafür sorgen müssen, dass sowas vernünftig, nachhaltig wieder recycelt wird und auch wettbewerbsfähig ist, damit es auch die Menschen machen. Ja, vielen Dank nochmal. Danke. Zurück an dich. Danke dir auch. Walter, zu guter Letzt. Danke, Luisa. Danke an das Team von der HUS, dass ich auch hier dabei sein darf. Danke an den Haarbach-Stollen. Die NEOM-Gruppe ist ein österreichisch gegründetes Klintech-Unternehmen. Wir beschäftigen uns mit der Erzeugung von Stromspeichern, um Strom zu speichern, intelligent zu verteilen und diesen Strom auch dann entsprechend bereitzustellen, dann, wenn keine Sonne scheint. Unser Unternehmen hat knapp 100 Mitarbeiter. Wir sind drei Jahre alt und wir agieren natürlich in Österreich, in unserem Heimatland, aber auch in Deutschland, in Liechtenstein und in der Schweiz. Also in der so benannten DACH-Region. Und unser Ziel ist es, mit der dezentralen Energiewende Strom vor Ort zu produzieren, speichern und umzuwandeln, um mit Hardware und Software vor allem die Services, die wir in Zukunft dafür brauchen, um die Wirtschaftlichkeit und die Gestehungskosten, die damit verbunden sind, über den Lebenszyklus nach unten zu drücken, um sauber, sicher und transparent Energien vor Ort zur Verfügung zu stellen. Das ist unser Anliegen und es freut mich, dass wir heute darüber diskutieren dürfen. Stichwort Energiewende. Du hast damals aus einer gewissen Unzufriedenheit die Idee und die Firmengründung getätigt. Muss man heutzutage disruptiv agieren, um einen Systemwandel herbeizuführen? Vielleicht kannst du erzählen, wie es bei dir damals war. Also ich habe mich viele Jahre mit dem Thema Energieeffizienz beschäftigt. Und nachdem bei der Energieeffizienz sehr viel geredet wird, aber sehr wenige Action dahinter ist, nämlich Impact, also es geht immer nur um einstellige Prozentsätze von Einsparung der Energie und Einsparung von der Dekarbonisierung, von der Maßnahme, haben wir uns damit beschäftigt, wie kann man einen größeren Impact vor allem in der Versorgungssicherheit darstellen. Weil wenn wir die zentralen Energieformen von Fossilen auf Wind, Wasser und Sonne verneuerbarer umstellen, brauchen wir auch die dezentralen Erzeuger und die dezentralen Speicherkraftwerke. Dazu brauchen wir auch die Digitalisierung, vor allem auch das Kapital und die Menschen, die das machen. Und das Wort Disruption dabei ist vielleicht ein bisschen irreführend, weil es geht nur um die Geschwindigkeit, nach vorne zu denken und den Impact zu kreieren. Und das ist halt in dem Bestand, ist man halt so von der Sicherheit, also die Sicherheit darf auch keine Nebelgranate sein oder kein Schreckgespenst, sondern die Sicherheit ist da, um das Problem zu lösen. Und wir haben entdeckt, dass wir schneller sehen können als das, was wir bekommen oder Warnnis bekommen. Und wir wollen nicht mehr oder weniger nicht nur Ankündigungsweltmeister sein, sondern auch liefern. Und wir haben zum richtigen Zeitpunkt vor Corona auch die Entwicklung fertiggestellt, sind dann ins Hochskalieren gekommen und haben heute die Produkte, darf ich mal sagen, um genau die dezentrale Form von Energiespeicherung, Elektrizität auch zu realisieren, heute schon zu realisieren. Eine Frage an dich und auch euch beide. Wo stehen wir uns denn selber im Weg, im Sinne von Energiewende auch, aber im Sinne von Innovation? Wo sind denn die schnelleren Gewinne, wo können wir mehr leisten? Vielleicht fange ich mal an. Philipp kann das sicher noch ergänzen. Ich denke, wir dürfen nicht zu kleinkarriert, zu kleinteilig denken. Walter hat das gerade schon gesagt, wir müssen im System denken. Und ganz, ganz wichtig, Walter, das hast du ja gerade sehr schön ausgeführt, ist der, im Englischen heißt es Time to Market. Wir müssen schnell sein. Wir müssen jetzt solche Verteilungsstrukturen, solche smarten Verteilungsstrukturen aus der Industrie oder ich fange mal vorne an, aus der Forschung in die Industrie zur Kommerzialisierung bringen und dann die Sicherheit auch gewährleisten, damit das Vertrauen, ich habe es ja gerade eben in meinen Anfangsworten gesagt, damit wir das Vertrauen bei euch auch haben, bei den ganzen Banken und Versicherungen, das haben wir jetzt 15 Jahre gelernt, am VDE, in vielen Facetten, in verschiedensten Bereichen. Und das, ich glaube, das müssen wir noch besser machen weltweit. Dazu muss man sich vernetzen und deshalb sind solche Plattformen, wir haben ja gestern im Vorgespräch auch über die Living Labs geredet, ganz entscheidend. Wir brauchen solche praxisnahen Versuchsbereiche, wo die Industrie dabei ist und die anderen Stakeholder. Und dann müssen wir dann schrittweise auch Dinge auflösen, die noch nicht gut funktionieren. Auch die Betriebswirtschaft, wir kommen ja gleich vielleicht noch mal drauf. In Deutschland ist es zum Beispiel so, dass wir noch viel zu teure Durchleitungskosten haben durch unsere Netze, die viele Business-Modelle sehr stark erschweren. Und daran müssen wir arbeiten gemeinsam. Natürlich haben wir gemeinsam die Aufgabe, von der Industrie Qualität zu liefern, Kosten zu senken. Für den VDE heißt das, die Qualität als neutrale Organisation mit abzusichern. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die wir genug gemeinsam schaffen. Also alleine geht das gar nicht. Und deshalb finde ich diese Initiativen gut, dass man diese Herausforderungen und diese Bottlenecks schrittweise verbessert, die wir noch haben. Und das geht nur in Zusammenarbeit. Wir haben es ja jetzt bei G7 gesehen, vor ein paar Tagen. Der amerikanische Präsident hat es ja noch mal ausdrücklich gesagt. Das kann auch die USA nicht alleine, solche Herausforderungen anzunehmen, um unser Klima zu schützen. Aber ihr als globaler Qualitätssicherer, wie entscheidet ihr denn zum Beispiel, welche Zukunftstechnologien erlaubt oder beziehungsweise zertifiziert werden und welche nicht? Gut, das ist natürlich, dass die freie Marktwirtschaft auch da hat. Man muss auch angefangen von der Exzellenzforschung natürlich auch ausprobieren, welche Systeme funktionieren. Das habt ihr beiden ja auch gemacht. Ich glaube, da könnt ihr mir auch mit zu billigen, dass man so etwas braucht. Am Schluss kommt es aber darauf an, dass man auch Dinge filtert. Und dann macht man ein anderes Beispiel, Wasserstoff ist ja in aller Munde großer Hype momentan weltweit. Wir müssen jetzt eben auch langsam schauen, dass wir von einem sehr breiten Ansatz von vielen Technologien, die da diskutiert werden und auch natürlich am Anfang mit gefördert werden, dass wir dann die Dinge weiter treiben, die auch dann am Schluss nachhaltig und wettbewerbsfähig sind. Und dann in so eine Verteilungsstruktur, wo sich Walter ja auch mit drum kümmert, auch dann hineinpassen. Und da setzen wir an mit einer umfassenden Qualitätssicherung in engster Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Kunden von Anfang an sehr früh, weil man kann nicht erst am Ende, wenn das Produkt fertig ist, sich Kriterien überlegen, die dann zur Qualität beitragen. Das ist unsere Erfahrung auch beim VDE sehr früh beginnen. Und das wollen auch diejenigen, die das Geld am Schluss dazugeben, dass man sich frühzeitig darum kümmert. Und dann hat man auch nicht nur gute Produkte, Komponenten, sondern auch gute Gesamtsysteme, um die es ja heute geht. Wir reden ja nicht mehr über ein Solarstrommodul wie vor 20 Jahren oder eine Windkraftanlage oder einen kleinen Batteriespeicher. Wir reden heute über smarte Verteilungsstrukturen, die dann auch funktionieren und die auch ganzheitlich abgesichert sind, auch Richtung der heute vorhandenen Cyberkriminalität, die wir haben. Und das ist unser Ansatz da. Ja, ich glaube, auch dieses Thema ganzheitlich, Dinge ganzheitlich zu betrachten, ist im Sinne der Nachhaltigkeit sehr wichtig. Also ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, wie das mit synthetischen Brennstoffen ist, was auch dann der Ausstoß letztendlich bei der Verbrennung von synthetischen Brennstoffen ist und wie das auch im Sinne der Nachfrage ist. Und du hast gesagt, die Motivation war gar nicht so die Endlichkeit der Brennstoffe, sondern eher die Luftverschmutzung und die Umwelt. Vielleicht kannst du da noch was dazu sagen. Ja, genau. Also fossile Treibstoffe sind begrenzt vorhanden und man könnte meinen, dass jetzt ein Druck besteht, dieses Öl zu ersetzen durch einen synthetischen Brennstoff, weil man einfach nicht mehr genug Öl findet oder es immer teurer wird. Aber das ist nicht der Fall. Es hat genügend Reserven vorhanden. Der Druck, um synthetisch zu gehen, kommt nicht aufgrund der beschränkten Verfügbarkeit, aber er kommt aufgrund der Emissionen, die der Transport verursacht. Vielleicht kann ich noch kurz erklären, wieso, dass man flüssige Treibstoffe, eben flüssige Kohlenwasserstoffe auch in Zukunft brauchen wird. Speziell die Luftfahrt braucht einen Treibstoff oder einen Energieträger mit enorm hoher Energiedichte, wie es eben Kerosin besitzt. Batterien sind viel zu schwer. Es ist eine physikalische Barriere, dass man nicht Langstrecken fliegen kann mit Batterien. Dort und in ähnlichen Anwendungen wird es weiterhin diese Treibstoffe brauchen. Und das Einzige, was wir machen können, ist, diese Treibstoffe anders herzustellen. Nämlich so, dass sie nur noch so viel CO2 ausstossen, wie wir vorher der Luft entnommen haben. Also wir nehmen CO2 aus der Luft, stellen einen Treibstoff daraus her und bei der Verbrennung wird wieder genau die gleiche Menge CO2 frei. Also netto ist der Treibstoff CO2-neutral. Also es sind die Treibhausgasemissionen, die jetzt den Druck kreieren und die Nachfrage kreieren nach diesen Treibstoffen. Ich kann das nur bestätigen. Das fragen unsere weltweiten Kunden und Partnern im VDE immer mehr ab, dass man eben auch bei der neutralen Qualitätssicherung auf den CO2-Footprint achtet. Das gehört dann letztlich auch mit zum Verkaufsargument in Zukunft. Und da müssen sich auch Asiaten zum Beispiel darauf einstellen, dass man hier umdenkt, weil ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Verkaufsvorteil sein, wenn man hier mit einer neutralen Überwachung dieser Kennzahlen Kunden, Partner, auch Regierungen überzeugt, um die Energiewende dann auch voranzutreiben. Absolut. Ich bin voll überzeugt, die Grundlage muss eine Lifecycle-Analyse sein über den ganzen, über den gesamten Prozess. Man muss ganz genau hinschauen und bestimmen, wie gross das dann tatsächlich die CO2-Reduktion ist. Und das muss die Grundlage sein für die Auswahl der Verfahren und auch für die Förderung der Verfahren und für den Einsatz dieser Verfahren. Alles andere wäre nicht zielgerichtet. Also meiner Meinung nach wird in diesen Energiewende fossil oder erneuerbar, wird viel zu wenig auf den Kunden geachtet. Weil der Kunde will ja nur ein Problem gelöst haben und er braucht ja uns dazu, um die Probleme zu lösen. Und im Summe sind ja auch wir Konsumenten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man zulässt, dass die Vergangenheit ganz viel gebracht hat und man kann sich auch verändern. Also die Vergangenheit ist ja nicht partout schlecht, sondern die Vergangenheit ist gut, weil wir daraus gelernt haben, um daraus eine neue, bessere Zukunft zu bauen. Und dazu gehört die Kreislaufwirtschaft, ist dort ein wesentlicher Faktor. Und ich glaube, der Rundumschlag um Alt oder Neue ist einfach wahrscheinlich ein dritter Weg und der heißt Zukunft. Und meiner Meinung nach braucht es alles. Wir brauchen Ultrakurzzeitspeicher, Speicher, Langzeitspeicher und wir brauchen auch synthetische Kraftstoffe. Und das sicher, vor allem im Sinne von Investment und Zukunft sicher, also ökonomisch und ökologisch. Und ich glaube, das sehen wir auch jeden Tag, wenn wir Bäckereien, Fräser, Dreher umstellen oder Verzinkereien, also sehr, sehr hoch fossil emittierende Unternehmen, die mit dem Gewerbebetrieb ein Produkt veredeln, wie Stahl verzinken. Und die haben natürlich irrsinnigen CO2-Druck. Und damit die ihren Stahl oder ihr Brötchen jetzt nicht nur grün herstellen, sage ich mal, ist ja der wesentliche Faktor, nämlich kostenbringend herstellen. Weil wenn das eine Semmerl oder das eine Kilo Brot nicht mehr kostendeckend produzieren werden kann, weil sein Gasofen einfach so viel CO2 ausstoßt, dann muss man heute darüber nachdenken und sich heute mitverändern. Und ich glaube, das ist das so. Und dabei kann man ruhig die Vergangenheit respektieren. Und wichtig ist nur, dass man einen radikalen Umschlag jetzt hinter sich lässt. Der war halt vielleicht 100 Jahre notwendig. Aber heute heißt es nicht vom Klimawandel sprechen oder von der Energiewende oder Mobilitätswende sprechen, sondern Action. Sondern jetzt heißt es umsetzen. Und das ist, glaube ich, dass viele trauen sich es gar nicht zu anzufangen, weil es einen NVDE gibt. Der könnte ja sagen, er müsste schon mal nochmal einen Monat überlegen und müsste nochmal da was improvisieren. Und ich glaube, das kannst du bestätigen. Eigentlich ist der Zulauf an neue Technologie vielleicht viel zu wenig. Man versucht sich nur anzupassen und nicht sich weiterzuentwickeln. Naja, das ist ja auch, wir sprechen ja heute eigentlich über die nächsten 50 Jahre. 50 Jahre sind ja, wenn man wirklich darüber nachdenkt, ein total abstrakter Zeitraum. Wie können wir uns heute vorstellen, was in 50 Jahren ist? Aber wir können es natürlich trotzdem versuchen. Wir können darüber fantasieren. Aber was brauchen wir heute und morgen und übermorgen oder die nächsten 10, 20, 30 Jahre, damit wir das erreichen können, was wir in 50 Jahren erreichen wollen? Das ist ja auch bei euch so interessant. Ihr kommt aus den verschiedensten Ecken. Nachhaltigkeit ist bei allen auf der Flagge. Wie geht ihr das an? Ich würde, wenn ich gerade noch eine Sache vom Walter ergänzen darf, weil Walter hat einen ganz wichtigen Punkt genannt, den wir auch im VDE feststellen. Wir müssen uns alle gemeinsam, egal ob das der VDE ist oder auch alle anderen Organisationen, frühzeitig um die Kunden kümmern. Wir müssen uns anpassen. Und der VDE steht ja seit Jahrzehnten auch für Standardisierung. Wir haben unsere DKE, die internationale Standards vorantreibt, das alles abstimmt. Aber in der Realität dauert das viele Jahre. Die Zeit haben wir nicht. Wir liegen in einer ganz dynamischen Entwicklung vieler Produkte. Zwei sitzen hier, zwei Vertreter sitzen hier mit auf dem Podium. Also da gibt es ganz viele. Und deshalb haben wir uns auch als Lösungen überlegt. Du weißt es ja, wir haben es ja schon ein paar Mal diskutiert, dass man Unternehmensstandards auch schon mal macht, wo man ausprobiert und die möglichst schnell macht. Weil man muss, und diese Standards enthalten dann auch, das geht auch nochmal zurück, was Luisa eben gesagt hat, die enthalten dann auch Kriterien für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Betriebswirtschaftlichkeit. Wir sehen, dass seit 15 Jahren, es werden im dreistelligen Bereich, wurden Fördergelder ausgegeben für das ganze Thema Recycling. Egal ob Solar oder Wind. Das sind schöne Projekte, da sind auch gute Ergebnisse rausgekommen. Aber da ist es genauso gelaufen, wie du es gerade gesagt hast. Das sind schöne Ergebnisse, aber die sind dann nicht betriebswirtschaftlich interessant. Und dann macht es keiner. Und deshalb muss man das als Ganzes sehen. Das ist eben eine Aufgabe für die nächsten Jahrzehnte, dass man das auch so weiter vorantreibt und nicht abwartet, bis man am Schluss mal auch internationale Standards, die sind wichtig, also gar keine Frage. Aber wir müssen früher dazu kommen, dass man Kriterien mit den Kunden, mit den Unternehmen festlegt, damit sie arbeitsfähig sind und damit sie auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Ich stimme absolut zu. Also anders kann man gar nicht skalieren. Wenn man eine Lösung präsentiert und ein Produkt präsentiert, das keinen Markt hat, keine Nachfrage hat, dann kann man nicht skalieren. Es kauft einem niemand ab. Also man muss unbedingt die Nachfrage beachten. Man muss ein Produkt herstellen, das vom Markt gefragt wird. Das kann auch eine pragmatische Lösung sein. Die Grundlage muss eine Lifecycle-Analyse sein, dass man sicherstellt, man geht in die richtige Richtung, man reduziert Treibhausgasemissionen. Gleichzeitig muss man ein marktfähiges Produkt haben. Und auch wichtig ist, dass die Technologie oder das Produkt das langfristige Potenzial hat, das Klimaziel zu erreichen, zum Beispiel Netto Null bis 2050. Also dass man jetzt auf die richtigen Technologien setzt, die dann dieses Ziel erreichen können, weil die Aufgabe ist riesig und die finanziellen Mittel, die benötigt werden, sind auch gewaltig. Wir müssen jetzt die Technologie auf den Boden bringen, die Sicherheit schaffen für Investoren, für den Markt, dass diese Technologie fähig ist, zu skalieren, einen Markt hat und dann funktioniert das. Dann sind wir 2050 am Punkt, wo wir sein möchten. Sonst nicht. Ich glaube, diese Quantensprünge bis 2050 sind notwendig, damit wir diese sehr, sehr euphorischen Ziele erreichen. Aber dabei ist auch der Glaube an diese Quantensprünge, an die Menschheit und die Technologie, glaube ich, ein wesentlicher Faktor. Nämlich der Glaube im Sinne von, trauen wir uns das zu. Denn im Kapitalmarkt sehen wir ja heute Quantensprünge in Technologien, denn es wird unglaublich viel Kapital notwendig sein. Und diese Quantensprünge sind jetzt auch in der Technologie hier. Und das möchte ich mit dem Thema Europa Green Deal schon abrunden. Und da ist jetzt vielleicht die Schweiz nicht unbedingt das Vorzeige-Land in der aktuellen Situation. Die Dekarbonisierung habe ich, glaube ich, in dieser Bubble Carbon. Ich nenne es mal Bubble, so wie eine Internet-Bubble. Wir werden Googles überbleiben, aber viele Googles. Also nicht einer, sondern viele, nämlich synthetische Kraftstoffe, Speicher, Lizenzierungen, was auch immer. Also da wird es, viele werden da überbleiben, nämlich um dann Technologieführer zu sein. Und das ist eigentlich die Chance für Europa und für die europäischen Länder hier Vorreiter zu sein. Nämlich nicht anzupassen und zu warten, sondern vorauszugehen und mit den Beispielen der Welt schon zu zeigen, was möglich ist. Weil sonst wird Europa ein Pensionistenheim. Wir können herzeigen den Ersten Weltkrieg, den Zweiten Weltkrieg und dann können wir schon nicht mehr viel herzeigen. Und das ist jetzt die Chance der Green Deal und das war jetzt eine Botschaft in der Schweiz, die sehr neutral agiert, die könnte da mit vorne rausgehen und schon vorne zeigen, dass hier in Europa Technologie gewünscht ist. Nämlich die, die wesentlich ist für den Planeten. Wenn man nochmal auf deine Frage von eben, den Blick langfristig in die Zukunft, wenn man das nochmal im Fokus hat, eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die wir gerade in dieser Pandemiesituation vom VDE gemerkt haben, ist ja auch überall in Medien bei allen Stakeholdern. Mittlerweile steht das ganz oben auf der Agenda, ist die Absicherung der Lieferketten, der weltweiten Lieferketten, auch in unserem Bereich erneuerbare Energien, Energiespeicher. Also wir haben zum Beispiel mit unseren ganzen Inspektoren, die wir in Asien haben, mit dafür gesorgt, dass das einigermaßen smooth lief mit den Belieferungen von Komponenten, haben die Qualitätssicherung gemacht, damit wir auch die Vertrauensbasis hatten bei europäischen Einkäufern, bei amerikanischen Einkäufern. Das ist sehr honoriert worden und das wollen wir auch fortsetzen. Also man kann es ein bisschen auch vergleichen mit der ganzen Impfsituation, die wir jetzt ja immer noch am Leben haben und wo wir uns weiter darum kümmern müssen. Das wissen wir alle. Das ist hochkomplex. Wir brauchen verschiedenste Produkte und wir leben in einer globalen Welt und ich bin fest davon überzeugt, wir brauchen auch in 10, 20 Jahren asiatische Hersteller. Das ist gar keine Frage. Aber es muss funktionieren und wir müssen von diesen Abhängigkeiten und diesen Stop and Goes, die wir jetzt die letzten Monate in der Pandemie hatten, da muss man weg, weil damit riskiert man letztlich auch Business-Modelle, wenn dann einen, jetzt nehme ich mal einen anderen Start-up, mit dem wir arbeiten, der Wasserstofftankstellen in Europa baut, der dann seine Komponenten nicht kriegt zeitlich. Das tut dann schon weh und das müssen wir machen. Das sehen übrigens auch unsere amerikanischen Kollegen so. Wir arbeiten jetzt eng mit der US-Regierung zusammen um eben diese Stabilisierung, diese Qualitätssicherung der Lieferquoten für alle diese Komponenten, die wir brauchen, mit absichern, damit auch nicht nur etablierte Firmen, sondern auch Start-up-Firmen leben können und sich erfolgreich entwickeln können. Ganz wichtige Sache aus meiner Sicht. Absolut. Ich glaube, auch wichtig zu erwähnen ist, dass der Energiemarkt kein Ein-Winner-Takes-It-All-Markt ist. Es ist sehr divers, hat unterschiedliche Randbedingungen in den verschiedenen Regionen. In der Wüste ist wahrscheinlich Sonnenenergie am besten, in Nordeuropa vielleicht Wasser oder Wind. Und auch die Anwendung ist unterschiedlich. Also der zukünftige Energiemarkt wird divers sein. Es braucht eine breite Palette an verschiedenen Technologien, die müssen jetzt entwickelt werden. Und es gibt nicht diesen einen Winner oder diese eine Firma, die wie Google alles dominieren wird. Was du richtig gesagt hast, wird ganz viele Googles geben, weil der Markt ist auch gigantisch. Und eben, der ist verschieden in den einzelnen Regionen. Oft, wenn ich in so Nachhaltigkeitsdiskussionen bin, dann ist alles immer wahnsinnig pessimistisch und traurig und deprimierend. Aber wir sind ja heute zum Glück in einer Gruppe, wo sehr lösungsorientiert gearbeitet wird. Und ihr seid für mich so ein bisschen die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Politik. Seht ihr euch da als Hindernis teilweise, als Unterstützer, als Enabler, wie man auf Englisch sagen würde? Und wie zeigt sich das in eurem Handeln? Also Verhinderer möchten wir nicht gerne sein. Wir wollen das Gegenteil sein. Also Enabler passt dann schon viel besser. Oder Facilitator kann man es auch nennen. Wir sehen uns da auch als Moderator. Und ich bin, als ich vor zwölf Jahren, das waren damals mit den Chinesen und der Regierung von Singapur, die ersten Veranstaltungen gemacht habe mit Banken und Versicherungen, da sind wir ausgelacht worden, hat die Industrie gesagt, die brauchen wir nicht, die Banken, die Versicherungen, das machen wir alleine. Heute, ich habe es ja eben erzählt, es ist schon ein signifikantes Netzwerk und große Versicherungen, auch amerikanische Banken, vertrauen dem VDE, was die Qualitätssicherung angeht von erneuerbaren Energien, weil wir eben neutral sind und eben da auch nochmal die andere Sicht haben. Walter hat es gerade gesagt, es ist ja auch gut für einen Manager einer Firma, wenn da nochmal jemand, ich sage es mal salopp, über das Produkt drüber schaut, dass es auch sicher ist und dass es eben auch eine Chance hat, wettbewerbsfähig zu sein und dass es nachhaltig ist, also dass es Recyclingfähig ist, für uns ganz, ganz wichtig auch mittlerweile in unseren Kriterien. Und also das sind Dinge, die uns da bewegen. Und wir sehen uns als Partner hier und manchmal ist es ein bisschen schwierig, die Politik zu überzeugen, weil wir wissen ja alle, es gibt auch noch Lobbyorganisationen, die nicht unbedingt für die erneuerbaren Energien sprechen, aber es hilft ja nichts. Wir müssen uns an einen Tisch setzen. Wir haben nur einen Planeten, wie man immer so schön sagt und am Schluss müssen wir an einem Strang ziehen und diese Bottlenecks, die wir jetzt gerade am Anfang der Diskussion nochmal erwähnt hast, wo du mich gefragt hast, die müssen wir jetzt schrittweise beheben und in der Diskussion bleiben. Also wir können auch nicht eine Branche machen, die sich nur mit erneuerbaren Energien, klimafreundlichen Sachen beschäftigt und eine, die eben diese etablierten Sachen weiter macht. Das geht nicht. Wir müssen das zusammenbringen und das gelingt uns ganz gut. Nicht immer zur Zufriedenheit, so ist das Leben, aber wir geben uns größte Mühe, vor allen Dingen, dass man, und deshalb finde ich euren Ansatz sehr, sehr wichtig mit euren Plattformen. Wir müssen uns auch um junge Firmen kümmern. Wir brauchen Nachwuchs. Wir müssen die jungen Menschen auch mit moderieren und ihnen helfen. Mentorship ist eine große Sache, das machen wir, wollen wir auch weitermachen, international gemeinsam, Hus und VDE und dann auch solche Unternehmen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass diese, dass die eine Lebensgrundlage kriegen, diese Firmen, und dass man ihnen hilft, dass man auch Lessons learned, austauscht, und dann können wir schon einiges schaffen für die nächsten 20, 30 Jahre. Du hast gestern sehr schön gesagt, wir brauchen nicht Manager mit Powerpoints, sondern wir brauchen Macher. Ihr zwei seid für mich eigentlich die Macher. Ich habe für dich noch eine bisschen kritischere Frage. Du bist ja, oder eure Technologie ist ja basierend auf Lithium-Batterien, wenn wir jetzt über die Nachhaltigkeit sprechen und ihr baut ein großes Netzwerk von dezentralen Energiespeichern. Ist es dann auch eure Aufgabe, sich ums Recycling zu kümmern? Oder sagt ihr, das ist jetzt erstmal der nächste Schritt, den wir brauchen? Recycling, um die Nachhaltigkeit zu gewährleisten, das kommt im nächsten Schritt. Und ich kriege gerade den Zeitfinger, das heißt, fass dich kurz. Die Rohstoffkette ist ein wesentlicher Faktor, also der Footprint, der Herstellung der Produkte, ab dem Zeitpunkt, wo sie eingeschaltet werden, über den Lebenszyklus hinaus und hinaus bis zum Recycling. Das Gute ist, dass wir Lithium-Eisen-Phosphat-Technologien verwenden, die heute zu 98% recycelt werden können und der Rest bleibt eigentlich im Filter hängen und da gibt es zwei, drei Firmen in Europa, die hier Vorzeigeunternehmen sind, mit denen uns wir natürlich beschäftigen. Also wir im Unternehmen haben eine Responsibility-Beauftragte bei uns, die sich eben den Footprint der Herstellung der Produkte anschaut, aber nicht top-down, sondern bottom-up und vor allem, was wir uns auch anschauen, ist die Auswirkung vom Produkt für unseren Kunden im Betrieb der Anlagen. Das ist ein wesentlicher Faktor, das muss man beantworten, weil damit man auch authentisch ist und nicht irgendwie bullshitet, weil das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, also obwohl ich, wie vorhin schon angesprochen habe, oftmals eher deprimiert bin von Zukunftsdiskussionen, bin ich heute dann wieder sehr positiv von euch gestimmt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich finde, es ist immer wichtig, lösungsorientiert in die Zukunft zu schauen. Das ist das, was wir als Hus machen wollen. Wir wollen Leute zusammenbringen, was ich vorhin gesagt habe, die die Zukunft verändern können, nicht nur wollen. Und unser Gründer Rudi Hilt, die sagt immer, we think without the box, also ohne die Box, nicht außerhalb der Grenzen, sondern wir haben keine Box und das wird, glaube ich, auch unser Thema für die Zukunft bleiben. Also vielen Dank an euch alle nochmal fürs Teilnehmen. Dankeschön an dich auch. Ja, und danke nochmal an den Hagerbach. Ja.